Jedes Lebewesen beginnt sein Leben als Baby. Es wird Freude und Freundschaft geben. Doch das Leben bringt auch Herausforderungen mit sich. Diese Neugeborenen sind sehr verletzlich. Ihr Weg zum Erwachsensein wird schwer. Aber die meisten müssen sich nicht allein durchschlagen. Um zu überleben braucht es Mut, Entschlossenheit und vor allem... Liebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020